Servus und herzlich Willkommen zum BORA Digital Product Lounge. Ich bin Tim und ich zeige euch heute unsere BORA Produktneuheiten. Heute ist ein großer Tag für uns und unseren Geschäftsführer Willi Bruckbauer, mit dem ich mich gleich treffe. Aber bevor es so richtig losgeht, habe ich jetzt nochmal zwei Hinweise für euch. Während der Premiere habt ihr die Möglichkeit in unserem Live-Chat Fragen zu stellen. Unsere internationalen Kollegen vom Customer Support helfen euch weiter. Dranbleiben lohnt sich mehrfach. Euch erwarten nicht nur die BORA Produktneuheiten, sondern auch ein exklusives Gewinnspiel gegen Ende des Product Lounge Videos. Essen und Kochen sind Konzept, individuell und Ausdruck von Kreativität. Diesen Prozess so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten, das ist uns wichtig und darauf konzentrieren wir uns. Die Freude am Kochen und gemeinsam genießen. Ist es nicht faszinierend, dass manche Erinnerungen uns so frisch im Gedächtnis sind, als wären sie gestern erst entstanden? Dabei begleiten sie uns oft ein Leben lang. Ich erinnere mich an die Düfte, die Kräuter, die Zutaten. Alles mit so viel Leidenschaft und Hingabe zubereitet. Und an eine der besten Pizzen, die ich je gegessen habe. Sprichst du immer noch von unseren Reisen in den Süden? Klingt eher wie eine Liebesgeschichte. Also Emma dagegen hatte auf jeden Fall nur Augen für Pizza, aber nicht für irgendeine Pizza. Furchtbare Pizzen, deine furchtbaren Pizzen. Wie Pech und Schwefel die beiden. Deine Pizzen sollten verboten werden. Wenn es um gutes Essen geht, halten meine Töchter zusammen. Obwohl sie sonst so unterschiedlich sind. Erinnerst du dich, als du Mama angefläht hast, Ananas auf deine Pizza zu legen? Genau, die mag immer eine Naschkatze und Hauptsache gegen den Strom. Und das widerspricht also deinem ständigen Hang zum Perfektionismus? Na ja, wenn ich mir deine wilden Kombinationen anschaue, wäre etwas mehr Fokus nicht verkehrt. Du brauchst Mut, um kreativ zu sein. Probier meine Version der Pizza und du wirst nie mehr an meine Talenten zweifeln. Erzähl mal, woran erinnerst du dich am meisten? Wenn ich an Italien denke, denke ich immer an... Sonne, Wind und Sand im Mund. Für mich war das immer wie ein Abenteuer. Alles war erlaubt. Was gut geschmeckt hat, war richtig. Damals hat sich meine Sichtweise auf das Leben verändert. Mir ist klar geworden, dass nur meine Vorstellungskraft mich davon abhalten kann, etwas Neues zu kreieren. Man muss mutig sein, um Außergewöhnliches zu schaffen. Oder? Du meinst Ananaspizza. Da ihr beiden heute Pizza essen wollt, mache ich jetzt einen schnellen Teig. Aber selbst der braucht etwas Zeit. Braucht etwas Zeit, wissen wir. Es war mir immer wichtig, euch ein sicheres Fundament zu bereiten. Was hier auf dieser Grundlage erbaut, liegt bei euch. Charlie mochte schon immer mehr die speziellen, anspruchsvolleren Zutaten. Und du hast dich nie an Rezepte gehalten. Lieber einfach machen und ausprobieren. Keine Regeln notwendig, oder? Ja klar, und du brauchst immer eine exakte Anleitung, sonst wirst du nie fertig mit deinem Gericht. Ich liebe die klassische Margherita. Die Farben Italiens vereint auf einem perfekten Teig. Es gibt so viele Möglichkeiten. Findest du das nicht langweilig? Weniger ist mehr. Beste Zutaten, bestes Ergebnis. Am Ende geht es doch immer um Qualität. Ich habe gelernt, dass ein wahres Geschmackserlebnis saftig, sauer, süß und knusprig sein muss. So habe ich meine Pizza perfektioniert. Mit Pistazien und Chili auf meiner Pizza Hawaii. Was ist da in der Soße? Rote Beete. Die macht die Soße erdig und süß. Ich verfeinere mein selbstgemachtes Öl gern mit markanten Aromen. Ich liebe deine selbstgemachten Öle. Was ist da drin? Einfach nur etwas Schnittlauch und Rosmarin, geröstete Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Alles vermischen und die Aromen verbinden sich. Auf geht's ihr beiden, beeilt euch, ich habe Hunger. Perfektionismus trifft Pragmatismus. Planung trifft Spontanität. Das ist die Mischung, die euch so einzigartig macht. Servus auch von meiner Seite. Ich bin Willi Brückbauer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Bora. Willi, was war denn deine Vision damals für Bora und was würdest du sagen zeichnet uns heute aus? Tim, ich glaube die Vision damals ist nicht anders als die Vision heute. Wir machen doch nichts anderes als einem Endkunden zuzuhören. Was wünscht er sich in der Küche? Ich erinnere mich noch sehr gut damals, als man zugehört hat, der Kunde hat gesagt, ich will einen Dunstabzug haben. Er hat aber nie gesagt, ich will eine Haube haben oben. Und somit hat man versucht, dem Kunden die Dunstabzugshaube so zu lösen, dass man sie gar nicht spürt. Und das war das Erfolgsmodell von Bora. Und wenn ich schaue, das haben wir die ganzen letzten Jahre so gemacht, die vielen Jahre. Und jetzt kann ich einen Ausblick geben, ab jetzt gibt es sogar noch ein bisschen mehr als wie Kochfeld und Backofen. Wir haben letztes Jahr auch fünf Kühl- und Gefriersysteme vorgestellt und ein paar Kleinigkeiten auch noch. Und die Kleinigkeit, die ich ganz cool finde, muss ich ehrlich sagen, Tim, das Thema Cubic. Das Vakuumieren an der Tischarbeitsplatte, flächenbündig eingebaut, ist immer Strom da, ist immer alles vorhanden. Ich kann in zehn Minuten marinieren, was ich normalerweise vier Stunden brauche. Ich persönlich nehme das sehr, sehr gern her. Nach dem Rückblick kommt der Ausblick. Willi, was erwartet uns denn dieses Jahr? Wir werden eine ganze Menge Neuigkeiten sehen. Wir werden beim Kochfeld was sehen, was das Kochfeld erweitert. Wir werden beim Kühlschrank was sehen. Es wird einen größeren Kühlschrank geben. Aber viel mehr, Tim, wissen unsere Entwickler. Dann mache ich mich doch jetzt direkt mal auf den Weg zu den Entwicklern. Und ich mache mich auf den Weg zum Pizzamachen. Na, hungrig auf unsere Produktneuheiten? 2021 haben wir unseren Bora X-Bo gelauncht. Dem Profi-Dampfbackofen für zu Hause. Und heute, knapp drei Jahre danach, haben wir ihm das größte Update seiner bisherigen Geschichte verpasst. Und hier kommt der neue Bora X-Bo. Der neue X-Bo ist besser denn je und hat viele neue Features. Mein Kollege Philipp klärt euch jetzt über die Updates auf. Danke, Tim. Hi auch von meiner Seite. Der Bora X-Bo vereint Dampfgaren und Backen in einem System. Durch die Kombination von einer performanten Heißluft und Dampf sind wir in der Lage, wie die Profi-Technik auf allen drei Ebenen gleich zu garen. Beim neuen Update freut mich insbesondere, dass wir über 200 Automatikprogramme ins Gerät bringen, die wir mit unseren internationalen Bora-Köchen entwickelt haben. Kontinuierliche Weiterentwicklung heißt für uns neben Software auch Hardware und Zubehör. Als neues Zubehör haben wir zwei Dinge entwickelt. Die Back- und Grillplatte und das Airfry-Blech. Die Back- und Grillplatte besticht unter anderem durch eine beidseitige Nutzbarkeit. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine ebene Fläche für Pizzen und auf der anderen Seite haben wir eine Grillstruktur für Fleisch, Fisch, Gemüse und daneben wieder eine plane Fläche mit dem klassischen Rand, damit keine Soße ins Gerät tropft. Die Back- und Grillplatte besticht durch die Oberflächenbeschaffenheit eine Antihaftbeschichtung. Das heißt, kein Ankleben von Speisen und darüber hinaus natürlich einfache Reinigung. Die Dicke des Materials ermöglicht uns die Wärmespeicherung. So kann ich auch nach mehrmaligem Öffnen des Geräts, zum Beispiel beim Pizzabacken, umso schneller Pizza hinterher schieben. Zweites Zubehör ist unser neues Airfry-Blech. Heißluftfrittieren heißt, gesundes Frittieren ohne Fett. Wir ermöglichen das durch eine maximale Perforierung unseres Blechs, so viel umströmte Luft für das Gargut wie möglich. Rundum knusprig, ohne Wänden und kein Kleben. Neu mit dem Update ist auch die Vernetzung mit der Bora Joy App. Das heißt, wir können den X-Bow über die App ansteuern, aber natürlich auch andersherum. Wie das vonstatten geht, zeige ich kurz. Ich habe mir das Programm für die Pizza belegt ausgewählt. Klicke auf einen Button und schon bekomme ich ein Pop-up in der App mit dem perfekten Rezept für eine belegte Pizza inklusive Teig. Zu jeder Zeit sehe ich, was der X-Bow gerade macht und wie lange es noch dauert. Wichtig nach dem Kochen, viel Komfort. Dem begegnen wir mit unserem X-Bow mit einer automatischen Reinigungsfunktion. Die Intensivreinigung für hartnäckige Verschmutzungen nun ergänzt um eine Schnellreinigungsfunktion. Das sind die Neuerungen des Bora X-Bow kurz zusammengefasst. Mehr als 200 internationale Automatikprogramme. Neues Schnellreinigungsprogramm. Neues Airfry-Blech für Ergebnisse wie aus der Heißluftfritteuse auf drei Ebenen. Neue Back- und Grillplatte für Ergebnisse wie vom Pizzastein oder vom Grill auf drei Ebenen. Erweiterter Funktionsumfang durch die Bora Joy App. Und Tim, was sagst du dazu? Vielen Dank Philipp. Ich glaube, wir können uns alle noch an früher erinnern. Die coolsten Partys finden bekanntlich in der Küche statt. Und unsere nächste Produktneuheit verspricht dafür extra viel frischer Raum. von einem Reinhard único von einem BRO. Von einem Bilan und Sandstuhl nochmal- in第一個 Estavolk. Get Busy Get Busy Get Busy Get Busy Das klingt doch wirklich sehr erfrischend. Marc, ich übergebe an dich für mehr Details zu Bora Cool Kombi XL. Vielen Dank Tim. Ich darf euch eine besonders coole Neuheit präsentieren, den Bora Cool Kombi XL. Die Kühlgefrierkombination im XL Format mit seinen 194 cm Gerätehöhe überzeugt durch etwa 30 Liter mehr Volumen als der Cool Kombi. Besonders praktisch. Trotz der Erweiterung des Volumens bleiben wir im Standardnischenmaß von 60 cm. Somit sind keine baulichen Anpassungen am Küchenkorpus notwendig. Mehr Volumen bedeutet zugleich mehr Übersichtlichkeit und Ordnung im Kühlschrank. Nun lassen sich auch sperrige Gegenstände mit Leichtigkeit einlagern. Mit einem Bora Zubehör lässt sich der Kühlschrank nun noch individueller gestalten. Die Filtrierung von Luft ist seit jeher eine Kernkompetenz bei Bora. Auch im Kühlschrank entstehen Gerüche. Somit haben wir einen besonders kritischen Blick auf die Geruchsfiltrierung geworfen. Und haben eine spannende, neue, performante Lösung kreieren können. Der Bora Cool Geruchsfilter. Im wiedererkennbaren roten Design bietet dieser Filter eine Standzeit von einem Jahr. Durch die seitlichen Einkerbungen wird der Filterwechsel zum Kinderspiel. Und das Beste daran? Der Bora Cool Geruchsfilter ist auch mit dem bestehenden Sortiment kompatibel. Somit profitieren auch unsere Bestandskunden vom neuen Filter. Und das sind die Key Facts des CoolCombi XL im Überblick. Etwa 30 Liter mehr Volumen. Genug Platz für große Schüsseln, Lebensmittel und sperrige Gegenstände. Optimale Ausnutzung der Lagerfläche an der Türe. Neuer Bora Cool Geruchsfilter mit Aktivkohle für alle Kühlsysteme. Passt mit 194 cm Höhe in Küchennischen mit Standardbreite. Flexiblere Aufteilung des Kühlraums. Noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten durch das Bora Zubehör im XL Frischeraum. Und damit zurück zu dir Tim. Danke Marc für diese coole Produktvorstellung. Die Hälfte der Produktneuheiten haben wir jetzt heute schon gesehen. Ein paar weitere Highlights haben wir für euch aber natürlich noch im Gepäck. Wer gut aufgepasst hat bisher, hat die nächste Produktneuheit vielleicht sogar schon gesehen. Ich würde sagen, Film ab! Das ist die neue selbstreinigende Spüle von Bora. Mehr Details zu Bora Sync erfahrt ihr jetzt von Anna. Vielen Dank für das Stichwort Tim. Mit der Bora Sync erobern wir den Wasserplatz in der Küche mit einer innovativen Lösung. Durch unsere neue Produktwelt Reinigungs- und Spülsysteme erweitern wir euer Kocherlebnis und erleichtern euch den Alltag. Beim Kochen verbringen wir viel Zeit rund um den Spülbereich. Das ist der Grund, warum wir uns diesen Teil etwas genauer angesehen haben. Die Bora Sync besteht aus einer innovativen Unterbauspüle, welche durch die Bora Armatur komplettiert wird. Auf Knopfdruck reinigt sich die Spüle selbst. Eine einzigartige Funktion am Markt. Dank eines intelligenten Strömungsprofil tritt umlaufend Wasser aus, sobald die Funktion aktiviert wird. Entweder durch die eigens entwickelte Bora Armatur oder durch einen unter der Arbeitsplatte liegenden Touchsensor. Stellt euch vor, ihr kippt die letzten Reste von eurem Teller in die Spüle und diese werden per Knopfdruck in das Ablaufsieb gespült. Ein nerviges Ausspülen ist mit unserer Bora Sync nicht mehr notwendig. Das hochwertige Material Kristatur besticht durch seine Oberflächenstruktur mit einem Abperleffekt. Dadurch werden Schmutzpartikel und Wassertropfen noch besser in den Abfluss gespült und ein Nachtrocknen ist nur noch bedingt notwendig. Bei Bora legen wir viel Wert auf hochwertiges Design, welches sich in der Spüle und in der Armatur wiederfindet. Den Überlauf haben wir an der Vorderseite platziert, sodass er aus dem direkten Blickfeld verschwindet. Die Wassertemperatur ist durch einen farbigen LED-Ring an der Armatur direkt erkennbar. Durch die ergonomische Frontbedienung an der Armatur sind keine Tropfen mehr neben der Armatur und somit der Wasserplatz immer sauber. Zum Schluss noch einmal die Key Facts der Bora Sync im Überblick. Die erste selbstreinigende Spüle und das auf Knopfdruck. Aus widerstandsfähigem Quarzkomposit. Das Material Kristatur für den effektiven Abperleffekt. Die Bora Armatur besticht durch ihr schlankes und elegantes Design. Der LED-Farbring für die Wassertemperaturanzeige. Einfach und intuitive Frontbedienung. Und jetzt zurück zu dir, Tim. Eine selbstreinigende Spüle auf Knopfdruck. Wenn ihr mich fragt, ein echter Game-Changer in der Küche. Was haltet ihr von unserer Produktneuheit? Schreibt es uns doch gerne hier direkt in die Kommentare. Und jetzt, last but not least, ein weiteres, letztes Produkt-Highlight. Oder, wie man hier bei uns im Süden sagen würde, unser diesjähriges Schmankerl. Das war's. Das war's. I'm a money, 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 money maker. Just watch what I can do. Just watch me, can't stop me. I can do this all day. I can do this all night. I'll make it look easy. Just the way I like. So easy. Sebastian, ich übergebe für das große Finale an dich. Danke Tim, ich freue mich euch jetzt die letzte Produktneuheit für dieses Jahr vorzustellen. Das neue X-Pure bietet maximale Kochfläche, eingebettet in schwarzes puristisches Design. Das neue X-Pure bietet erstmals in einem kompakt Kochfeld eine mehrfarbige Bedieneinheit mit einem kontextbezogenen Farbwechsel. Weiß für den Neutralzustand, rot für die Kochzonen-Einstellung und blau für die Lüfter-Einstellung. Die neuen Bohrer Assist Funktionen erleichtern das Kochen durch das Einstellen verschiedener Zusatzfunktionen. Diese können direkt am Kochfeld eingestellt werden. Zusätzliche Funktionen können auch über Bohrer Joy auf dem Handy ausgewählt werden. Die Bohrer Assist Funktionen sind perfekt für das Kochen mit der Bohrer Grillpfanne ausgelegt oder für das Kochen mit dem Bohrer Pots & Pants Assist. Die Bohrer Assist Funktionen zeige ich jetzt am Beispiel der Fry zusammen mit der Bohrer Grillpfanne. Dazu wähle ich die Kochzone aus, drücke auf den Bohrer Assist Button und bestätige noch einmal. Jetzt heizt die Pfanne automatisch auf und gibt mir Bescheid, sobald sie betriebsbereit ist. Jetzt ist die Pfanne betriebsbereit und ich kann anfangen zum Beispiel meine Spiegeleier zu braten. Hier noch einmal die Key Facts des neuen Bohrer X-Pure zusammengefasst. Zwei Varianten mit matter und glänzender Glaskeramik, vereinfachtes Kochvergnügen durch Bohrer Assist, erweiterter Funktionsumfang mit Bohrer Joy, übergroße Flächeninduktionskochzonen, noch intuitivere Bedienung, ikonisches Design mit überarbeiteter Einströmdüse. Perfekt für die Bohrer Grillpfanne und die Bohrer Pots & Pants Assist. Servus Sebastian, schön dich zu sehen. Ich habe dir noch einen kleinen Schmanker mitgebracht. Servus Tim, danke dir. Als besonderes Highlight gibt es das X-Pure nicht nur mit einer glänzenden Glaskeramik, sondern auch als X-Pure Rough mit einer matten Glaskeramik. Da unsere Kompaktsysteme sowohl Kochfeld als auch Abzug miteinander vereinen, sind diese auch besonders einfach zu montieren. Und ich würde sagen Tim, das probieren wir jetzt gleich aus. Auf geht's, ich bin bereit. Wir haben jetzt hier unser Kochfeld, das ist bereits aussilikoniert. Wir fangen einfach an, nehmen jetzt die Einströmdüse raus und den Fettfilter und heben wir es gemeinsam raus. Dann haben wir jetzt hier unser Bohrer Rough Gerät. Stellen wir als erstes den Stromanschluss her, heben das Gerät gemeinsam ein. Fettfilter wieder rein, Einströmdüse wieder hinein. Eigentlich würden wir es jetzt noch einsilikonieren. Grundsätzlich ist das Gerät allerdings schon einsatzbereit. Das neue X-Pure Rough bietet mit seiner matten Oberfläche eine einzigartige neue Optik in der Küche. Die matte Oberfläche hat weiterhin einige Vorteile. So werden Kratzer wesentlich besser kaschiert, Fingerabdrücke sind schlechter sichtbar und die Schlierenbildung nach der Reinigung bleibt aus. Sebastian, ich muss sagen mit der matten Oberfläche sieht das neue X-Pure Rough wirklich super schick aus und ich glaube, durch die leichte Einbauweise ist das Kochen in der Küche wirklich noch mal einfacher geworden. Vielen Dank, dass du mir das heute gezeigt hast und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Bis bald. Danke für deinen Besuch. Perfektes Timing. Die Bora Joy App unterstützt euch dabei täglich einfacher zu kochen und versorgt euch über den Bora Joy Feed mit maximaler Inspiration. So lassen sich Produkte wie der Bora Expo oder das neue X-Pure aus einem Rezept heraus direkt bedienen. Die App unterstützt euch Schritt für Schritt beim Kochvorgang und bietet euch eine große Auswahl an Rezepten sowie Storys aus dem Lebensraum Küche. Und wie Willis Pizza geworden ist, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Auf geht's! Servus zusammen! Die Bora Joy App hat mir eine Push-Benachtigung geschickt, dass Willis Pizza fertig ist. Schau mal, ob das passt, gell? Lini, lass dir schmecken. Danke. Das war's von uns. Für mich ist jetzt Feierabend. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig den Product Lounge verfolgt und vor allen Dingen am Gewinnspiel teilgenommen. Der Chat für eure Fragen ist jetzt noch ungefähr 10 Minuten geöffnet. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.